Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Töpferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurde es doch nicht. Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens. Hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Können Sie mausen? Ja. Komm mit. Was für ein Desaster. Unsere erste Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnoughts. Stopp dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Gehen Sie sich die Ohren, bitte. Alles klar. Es wird Zeit. Wo willst du hin? Ich komm mit. Waffe aufnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Drs. Achtung, Beuys! Achtung! Trödle nicht rum, Bishop. Gehen wir. Achtung, Beuys! Gut! Ah! I'll show you up! You're off damage! Keep firing! Let's go! Let's go! Fire! Action! Ah! Ah! He's back! Yeah! Right, like you're back! Third hand! First hand! Second hand! We have to take this view! Fogdao! Ah! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen zu diesem Aussichtspunkt. Wir müssen uns aufhören. Oh, 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 oh! Achtung! Zeit für das Leuchtsignal. Zeit für das Leuchtsignal. Zeit für das Leuchtsignal. uns bringt nix um ja vermutlich du bist ein kiwi nun als nach dem anderen ich habe mich gerade gefragt ob ich meine australie verloren hat was kann ich für sie tun sie nicht so bei der junge wir brauchen einen meldegänger für die frauen wirklich ja das können sie von dem jungen nicht verlangen er würde keine fünf minuten überlegen nein nein ich krieg das heran ich mach's schön sie bleiben bei mir und sie sie werden laufen ich muss irgendwie an diesen osmanen vorbei sie ihnen sie 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 Das war's für heute. 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 Ich muss zu diesem Badehaus. Das war's für heute. 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 Ich muss. Ich muss zurück. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.